Wasser. Hermann Hesse hat einmal geschrieben, wer das Wasser und seine Geheimnisse verstünde, so schien es ihm, der würde auch viel anderes verstehen. Viele Geheimnisse, alle Geheimnisse. Wie fast immer auf meiner Reise bitte ich Gott, dass er uns zu einem schönen Campingplatz bringt, wo wir uns wohlfühlen. Und wie heute muss ich dabei lernen, geduldig zu sein. Sind ziemlich weit die Nordseeküste hochgefahren, 20 Kilometer nördlich von Alkmaar, wo die Dünen sich weit ins Land wälzen und man trotzdem das Gefühl hat, die Wellen schlagen auf der anderen Straßenseite hinter dem ersten Hügel ans Ufer. Und auch wenn es nur ein leiser Abend ist, mit sanft ausrollendem Wasser, auf weichem Sand, so kann ich bis zum Horizont schauen und weiß, nach Nordwesten gibt es lange kein Land mehr. Die Luft ist anders, Hilde wird unruhig und der Wind nimmt an Kraft und Kälte zu. Musik –